Liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder mal um ein kleines Kästchen. Diesmal ist es für die Arbeit. Da kommt mein ganzes Schreibmaterial rein, Kugelschreiber, Edding, Textmarker, Bleistifte und, und, und. Sollte eigentlich einfach mal so ein Nachmittagprojekt werden ohne Kamera. Da habe ich mir gedacht, komm, lass mal die Kamera laufen. Vielleicht interessiert es ja doch den einen oder anderen. Und deshalb gibt es auch keine Erklärung im Video. Es ist ein entspanntes Arbeiten und ihr schaut mir einfach dabei zu. Ja, ich würde sagen, schaut euch das Video an und habt viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal.